Herzlich Willkommen zum achten Teil meiner 16-teiligen Video-Podcast-Reihe Österreichische Politik – politische Bildung für Einsteiger, Einsteigerinnen leicht gemacht. In der Videobeschreibung hier unten sind die anderen Teile verlinkt. In einer sogenannten repräsentativen Demokratie treffen gewählte Politikerinnen und Politiker wichtige Entscheidungen und beschließen zum Beispiel Gesetze. Die Politikerinnen und Politiker sollen die Meinung ihrer Wählerinnen und Wähler repräsentieren, also vertreten. Wenn man nicht wählen geht, verzichtet man auf seinen politischen Einfluss, da man die eigene Sichtweise und Interessen nicht zum Ausdruck bringt. In Österreich sind alle Staatsbürger ab ihrem 16. Lebensjahr wahlberechtigt. Sie können an verschiedenen Wahlen, wie zum Beispiel der Gemeinderatswahl, Landtagswahl, Europawahlen und der Nationalratswahl teilnehmen. Hier siehst du das Ergebnis der Nationalratswahlen von 2019. Die stimmenstärksten Parteien waren beginnend mit der stimmenstärksten damals der ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NIOS. Einfache Gesetze werden mit einfacher Mehrheit, also von mehr als der Hälfte der Stimmen der Abgeordneten, beschlossen. Da Verfassungsgesetze besonders wichtig sind, müssen diese von mindestens zwei Drittel der Stimmen der Abgeordneten beschlossen werden, damit diese gültig werden können. Solange keine Partei eine absolute Mehrheit hat, also mehr als die Hälfte der Mandat der Abgeordnete, also müssen sie Absprachen mit anderen Parteien treffen, um eine Mehrheit für Gesetzesbeschlüsse im Parlament erreichen zu können. Deshalb kommt es in der Regel dazu, dass einzelne Parteien sogenannte Regierungskoalitionen bzw. Koalitionsabkommen unterzeichnen, um gemeinsam ihre wichtigsten Anliegen und Wahlversprechen umsetzen zu können. Eine Zusammenarbeit erfordert, nicht nur in der Politik, die Bereitschaft aufeinander zuzugehen und Kompromisse einzugehen. Diese Absprachen führen häufig, nicht immer wie zum Beispiel die Regierung von Wolfgang Schüssel im Jahr 2000 dazu, dass die stimmenstärkste Partei den Bundeskanzler stellt. Insgesamt gibt es im österreichischen Nationalrat 183 Abgeordnete bzw. Mandate. Diese Mandate werden spätestens alle fünf Jahre in den sogenannten Nationalratswahlen neu verteilt. Bei der Nationalratswahl haben die stimmberechtigten österreichischen Bürger die Möglichkeit, einer Partei ihre Stimme zu geben. Wählerinnen und Wähler haben auch die Möglichkeit, einem oder einer bestimmten Politikerin oder Politiker eine sogenannte Vorzugsstimme zu geben. Wenn einzelne Politikerinnen und Politiker besonders viele Vorzugsstimmen erhalten, werden sie gegenüber anderen ihrer Partei bevorzugt in das Parlament entsendet. Man spricht von einer Vorreihung. Aufgrund der Ergebnisse der Nationalratswahl erhalten die Parteien bzw. deren Politikerinnen und Politiker eine bestimmte Anzahl an Abgeordnetensitzen bzw. Mandaten im Parlament. Je mehr Abgeordnete Mandate eine Partei hat, umso eher kann diese Einfluss auf das politische Geschehen in Österreich nehmen. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im neunten Video mit dem Titel Wer vertritt die Interessen der österreichischen Bundesländer? Der Bundesrat.